...haben die Tantakulen! Klassenfreunde für immer! Gleich, D-Squad bei Nick Jr. Diese Woche geht es los! Mit... Anna und ihre Freunde, die brandneue Serie. Wo jeder Tag Überraschungen bereithält. Und die allerbesten Freunde warten. Seid willkommen! Anna und ihre Freunde, die brandneue Serie. Diese Woche um 18.10 Uhr bei Nick Jr. Seit Anbeginn des Schleims haben die Kids Choice Awards den größten Stars für den schleimlichsten Abend des Jahres zusammengebracht. Aber dieses Jahr haben wir etwas noch Größeres vor. Für die Nacht des Schleims. Es ist eure Welt. Wir liefern bloß den Schleim. Verpasst auf keinen Fall die Kids Choice Awards 2022. Moderiert von Miranda Cosgrove und Rob Gronkowski. Morgen bei Nick Jr. Wenn Kinder das D-Squad auf ihren Abenteuern begleiten, lernen sie alles über Sicherheit und verinnerlichen Werte wie Liebe, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017